Hey Joom! In Stray können wir unseren kleinen Begleiter dabei helfen, seine Erinnerung wiederzufinden. Zu den ersten 7 in den Slums habe ich bereits ein Video gemacht, Link zu dem Video findest du in der Box. Die restlichen 15 Erinnerungen, die du in Stray finden kannst, zeige ich dir in diesem Video. Da die Wege sich von selbst erklären, ist das ganze Kommentar los. Das Video hat aber Kapitel, damit du direkt zu der Erinnerung springen kannst, die dir womöglich noch fehlt. Wenn du alle Erinnerungen eingesammelt hast, dann bekommst du den Erfolg Ich erinnere mich und deine Katze erhält einen wundervollen neuen Rucksack, der dann so aussieht. Wir beginnen hinter den Slums auf den Dächern. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020